Musik Hier und wie die Schäne ist das Frühjahr 1906 in Strasbourg gewesen. Auf dem Kaiserplatz haben die weise und rosa-rote Maniolien gebläht, als man den Seisduft schon am Löse-Marnesjahr-Staaten geschmeckt hat. Und der gel japanische Fleder am Dietrich-Staaten hätte seine lange Arme im Wind gereizelt, wie wenn der ganze Staaten brennen würde. Gröhe wie die Kätzle rings um Strasbourg herum, wie Schellige am Fuchsambuckel und im Nehefler Wald haben sich in der Sonne gestrickt, als der Seidisch-Pilz glänzt hätte wie von blankem Silber. Auch im Rotzendürfel hat es brisert mit dem Frühjahrsputz. In der Gärte von unserem St. Urwandsweih hat es geblitzt im Sonnenschein an den Bäumen vom frischen Knipf, wie zarte Blättchen herausgelegt haben. Und in der Luft ist ein Duft gehängt von Millionen von Feierloten, wie in der Zeit von ein paar Tagen aufgewacht sind. Schon früh am Morgen haben die Finger angefangen zu schlafen, ganz hoch auf den Heiser haben die Amseln ihr Lied gesungen, und ganz da ist es ein Grampol und ein schöner Gesinn von den Spatzen, den Wagens und den Feierloten, die gemeint haben, sie werden allein auf der Welt. Das erste Mal nach dem kaltem Winter haben sie sich saufig gemacht in der warmen Luft. Ganz dick haben sie die Federn aufgeblossen und sich geschittelt, als der Staub von sechs Monaten ein Rüss geflogen ist. Der meiste Krach hat er bei der Spatzenbobbe gemacht. So hat es sich wenigstens für uns Menschenkinder angehört. En vérité ist es aber sein schönster Chant d'Amour gewesen. Man hat es an seinem Flattern gemerkt, ohne dass er Madame Spatz keine Ruhe gelohnt hat. Und ein paar Wochen drauf sind die St. Urwands Heiser wie ertrunken gewesen im bläden Schnee. Die Äpfelbäume in der Gärte, die Beeren, die Quetschel, die Ketten und die Pfirschenbäume haben alle zusammen auf einmal gebläht. Der Himmel ist die Kornblöme blöd drüber gestanden. Die Immen haben gesummt und gebrummt in den Bäumen und bis Spatz im Nächsten hat man den Bubbeln grüßt. Kurz gesagt, es war eine Frühjahrssinfonie, um einfach schnell zu sein. Und mittelnd in die Frühjahrsbracht ist Madeleine gekommen aus Schirmek in der Nacht vergesen. Sieben zehn Jahre sind wir zehnmal alt gewesen und mein ganz junges Herz ist an dem brünen Mädel mit dem roten Geschen gehängt. Nur für zwei Stunden zum Kaffee trinken hat es die Zeit gehabt. Wir sind erst im Garten durch uns gesessen mit dem Bob, meinen zwei Schwester und dem Väter Christian. Aber danach bin ich mit Madeleine-Touristen-Garten spaziert, habe ihn feinladen gebrochen und ihn an der Bluse gesteckt. Das Madeleine hat mich angelacht und ich bin glücklich gewesen. Danach ist sie wieder heimgefahren in ihren schönsten Vogelsen-Städten und wir haben uns am Bahnhof den ersten Schmutz gegeben. Rot sind wir geworden und unsere Hände haben gerietert. Danach ist der Zug abgefahren. Dann habe ich keinen Kopf und fährt die Schüler weiter zum Morgen. Ich bin zehnmal in der Obersekunde geguckt und mittendrin im Tietzschen Aufsatz ist etwa einmal auf dem Papier gestanden. Ach, wär ich das Weilchen, das kleine, das meine Madeleine pflückt. Ich küsste sie zehnfach wieder, wenn sie zart an die Lippen mich drückt. Auch der Aufsatz ist ein Fynn verworren. So ist mir immer einmal beim Neue-Deutsch-Lehrer in den Kaiserspalast auf der Realschule gegangen. In der St. Johann Realschule bin ich alleweil der Bist gewesen und habe meine Aufsätze mit dem Vorlesen. Aber der Neubrotfresser, wie wir alles gesagt haben, ein alter, kalter Mann, wo einer nur verächtlich angeläht und sich als ein Nuckel ins Auge gebäbt hat, hätte mich vom ersten Tag an nicht können verputzen. Ein Glück ist gewesen, als ich in dieser Klasse die alte Freundin von St. Johann zusammengefunden habe. Der Otto, unser Athletenssibbel aus der Regas, der Schorsch, der Dickbürenbüff von Kapperschlabersche, der Henri, der Bist aus der Glasse vom Sulz unter dem Wald und ich aus dem Ratzedärfel. Zum ersten Mal sind wir auch mit Franzosen gekippt zusammengeguckt. Die haben so lange gestopft, bis es einmal Elendspäne gab. Zitter sind wir ganz gut zusammen ausgekommen. Je mehr mir das Monogel die Schöne verleiht hat, je mehr habe ich mir das Thame gefützt gemacht. Die gute Mutter ist schon zwei Jahre lang tot gewesen und die Rüsener vom St. Urwans-Gottsager gelegen. Jeden Tag habe ich nach der Schöne die Blähmle, wie meine Baben alleweil selber gepflanzt hat, auf ihrem stillen Grab gespränzt. Der Bruder ist viel gefurcht von Thamen und im Elsass oder in Lothringen stationiert. So hat die Familie bestanden unsere Baben, zwei Schwestern und im Vater Christian wie keine Eltern mehr gehabt haben und noch ins Gymnasium gegangen ist. Prof Therese, unser Mädel, hat mein Arsch gefeiert. In selben Frühjahr hat meiner Baben schon früh seine Fuchsien und Geranien, Drauzähne, Oleander und Granadenbeine aus der Duvac Manufaktur in den Garten arbeiten lassen. Und das Herz hat mir gelacht, wie alles, die Rosen und Pensee nicht zu vergessen, so schön gestanden ist. Vom Frühjahr bis in den Herbst haben wir fast nur in dem Garten hinter dem Haus gelebt. Ich habe mir im Keller auf der einen Seite eine Schreinerei mit einer Hovelbank und auf der anderen Seite eine Laboratoire im Gericht. An der Hovelbank habe ich geschreinert und alles im Haus selber gepuzzelt. Im Laboratoire habe ich alle Versuche, wie uns der Chemie-Professor in der Schule vorgemacht hat, nachprobiert. Besonders die, die gegnellt oder gestungen haben. Aber ich habe auch Feile ausgestopft, Rade und Mies präpariert und ihr genug Gericht zusammengesetzt. Auf dem Edagerl sind in Spiritus Schlangen, Bandwärme, junge Spatzen und Kinder ausgestellt gewesen. Und daneben gebleichte Kämpfe von Kotze und Hund und ein schöner, weisser Menschenkopf, wie das Müll konnte auf und zu machen. Unheimlich hat es ja alles im Dunkeln ausgeliebt und meine Schwester hat alleine herabgetreut. Aber an einem schönen Tag ist der Gestank des Radebouillons und das Vergnüllen der Chemie-Baumwolle im Baben zu viel geworden und ich habe mein Laboratoire auf die Beine ganz hohen im Haus verleihen. Wenn es jetzt stinkt, stinkt es gleich in die Wohlungen und wenn etwas in der Luft flieht, ist es nur ein Dach, hat meine lustige Baben gemeint. Im Leben Sankt-Urwands-Hiesel habe ich ja die Schikanen von Monogl-Kinnig vergessen. Gottlobe Dank! Und nach der schönen Arbeit hat meine gesunde Böwensinn Distraction genug gefunden. Besonders den Mittwoch, den Samstag noch mehr da und die Sunday sind ausgenutzt worden. Im Sommer sind wir Böwen aus der Strasse, ins Meierwässerle in der Müsau oder in den kleinen Rhin zum Baden gegangen. Unser Juggel, ein Fuchsel, hat natürlich nicht gefehlt und ist alleweilen nebenher geschwommen. Auf den Moden in der Müsau und auf den Sunday-Ausflieg in die Vogese habe ich angefangen, Bleimle zu sammeln. Daher habe ich sie bestimmt und dann noch gepresst. Sie sind der Anfang geworden von meinem grossen Herbarium, wie ich später eingerichtet habe und wie heute noch meine Freude ist. Aber in diesem Sommer 1906, wie mir die schöne Leute geworden und aus Herz sein erstes Event hat, bin ich viel allein mit dem Velo an den grossen Rhin gefahren oder in den Neuheflerwold. Nur der Juggel ist alleweilen bei mir gewesen. Da bin ich im Gras gelegen oder im Schiffel, wie angebunden ist gewesen und habe den Schiffel gelesen und gehört oder auch selber meine ersten Gedichten gemacht für das Madeleine, wie leider aber auch nach anderen Böwen freundlich ist gewesen. So heisst eins, leise schaukelt der Kahn, warm ist die Luft und mild, aus den Wellen so klar lächelt dein süsses Bild, küssen möchte ich das Haar, das deine Stirn umweht, berühre ich leise die Wangen, treulos dein Bild zergeht. Und der junge Lebeskummer hat sich nach Trosch gefunden, wo die schillernden Libellen über dem Wasser still in der Luft gestanden sind, wo das Schilf geflichtert und gebispert hat und Einsamkeit ihre milde Hand auf die junge Seele geleitet hat. Mein Glauben an die Menschheit ist zählenmals noch gross gesehen. Wie ich mal das von der Schöle heimkomme, gehen vor mir auf dem Trottoir von der Rindstrasse ein Mann und eine Frau. Er schimpft auf sie mit dem ordinärsten ausgeregt und sie schlicht an der Lotte und hielt und sagt keine Worte. Da geht der Seuhund vom Mann auch noch hin und schlägt der Frau links und rechts ins Gesicht. Ich in griechster Entbehrung einfach so ein Fähkerl, springt er zwischen und brille, wenn sie der Frau nur etwas machen, dann hole ich den Schutzmann. Und was meinen sie, dass der Effekt war? Die stille Frau dreht sich auf einmal herum, hebt mir ihre zwei Fische unter die Nase und brille, du rotes Nase, was geht denn das dich an? Mein Mann kann machen, was er will. Da habe ich es nämlich gedenkt, was der Meister Anton in Maria Magdalena vom Hebel am Schluss sagt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Langsam ist letztes Jahr in der Obersekunde herumgegangen. Mit schwerem Herzen bin ich morgens in der Schule und habe die Stupfereien vom Monogelmähn hineinstecken. Denn es hat nichts gebet, als ich den Bob mit ihm und mit dem Direktor gesprochen hat. Vielleicht war es erst, wenn ich den Schöler den Buckel gedreht. Wie jetzt die grosse Vakanzi mit den Versetzungen als Nähter sind gekommen, hieß es auf einmal das Monogel bleibt Klassenlehrer bis in Oberprima. Das hat mich getroffen wie ein Blitzschlag. Dann habe ich gewusst. das hältst du nicht aus. Es gibt einen Unglück. Wie ist das aber mein Papa gesagt, ab, es hat eine Schulden. Es hat nichts genutzt. Es wurde abgeholt. Ich habe protestiert. Und weil es noch keine zweite Overealschule in Straussburg gegeben hat, hieß es was machen wir mit dem Bö. Mein Wunsch Oberfürster zu wehren ist ohne das Abitur nicht in Früh gekommen. Wie noch andere Bereiche, die in meiner Familie studiert worden sind seit 300 Jahren Pfarrer und Advokat. Und da hat mein Onkel entschieden. Aber der Bö steckt nicht der Schimmist schon lange innen. Schmeckt es nicht im ganzen Haus noch? Sind seine Etagere und Schränke nicht schon alle Pflanzen in seiner Heimat? Und meine Brüder, weil er neun Jahre älter ist wie ich, hat gemeint, was der ein berühmter Apotheker wurde. Ich sehe schon in allen Zeitungen das Inserat in grossen Böhstaben. Dr. Buchholzens Lausinn. An diesem Tag ist noch keine Entscheidung gefallen, aber ich habe erreicht, als ich mich in der Prima von Monogl habe mit blöden Lohn. Das war mir die Hauptsache und der Beruf eine neue Sache. Meine Güte, Boba, hat mir die Tätigkeit im Laboratoire von einer Apothek so romantisch und schmackhaft ausgemalt, als ich zuletzt gesagt habe, siehste mir eins, dann war ich aber ein Tag. Weil mich die letzten Monate durch Aarisch in der Welt hatte, habe ich noch einmal meine Vacanze bei den Verwandten in Schirmeck im Brichdal verbringen und die letzten grossen Wanderungen ins Frankreich gemacht. Und die hatte ja auch Madeleine gewohnt. Immer einmal hat der Himmel wieder blöd ausgelöst und die Sonne gullisch. Kein da, dass wir nicht zusammen sind. Und wenn es nur nicht gewohnt, für Bonjour zu sagen, wie ein schöner Popeljut war es wie in der Sonne schildert, eine Freundin meiner Cousine bei den Verwandten auf Psyche gewesen. Sie war still und ruhig mit einer tiefen, vollen Stimme. Und wenn sie gesungen hat, sind mir Tränen gekommen. So bin ich gedirmelt zwischen diesen zwei Magneten. Und wenn ich bei dem einen war, hat es mich nach dem anderen verlangt. nachher habe ich gespielt, als mein Herz zu klein ist, für die zwei auf einmal. Und ich habe in Sterne gelöst, und auf die Melodie von der Brich gehörig, wie hinter dem Haus durchgelaufen ist, und habe mir kein Rot gewusst. Da ist auf einmal eine Karte von Baben gekommen. Ich soll sofort zurückfahren, er hat einen Platz für mich als Stift in einer Abedäge in Straussburg gefunden. Ende.